Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es los mit den drei richtig wichtigen Algorithmen vom Hidden Markov Modell bzw. von Hidden Markov Modellen, denn die sind generell einsetzbar logischerweise. Genau, und der erste den wir behandeln ist der Evaluationsalgorithmus bzw. der Forward-Backward-Algorithmus, der das Evaluationsproblem löst. Was ist das Evaluationsproblem? Wir haben ein Hidden Markov Modell gegeben, das heißt wir wissen wie diese Struktur hier aussieht, wir wissen die ganzen Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Das ist ziemlich cool, wenn man so viel weiß. Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber wenn man so viel weiß, ist es cool. Und jetzt haben wir noch eine Ausgabesequenz O hier gegeben, die wir aufteilen in O1 bis hin zu OT, also insgesamt T Zustandsübergänge auch. Und ja, jetzt wollen wir die Wahrscheinlichkeit für diese Ausgabesequenz hier haben. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass das gesprochen wurde, zum Beispiel dieses Wort. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt gerade äh gesagt habe oder sowas. Genau, das machen wir, indem wir folgendes tun. Ich werde euch das Ganze jetzt grafisch demonstrieren, denn grafisch ist es deutlich angenehmer und irgendwie auch aussagekräftiger, als wenn man das Ganze mathematisch macht, aber das ist nicht mehr wirklich schwer danach. So, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass unsere Ausgabesequenz 3 lang ist. Das haben wir ja gegeben, das können wir einfach mal annehmen. Und für den Rest sieht es auch nicht mehr groß anders aus. Und wir nehmen einfach auch mal an, dass wir 3 Zustände hier haben. Wenn ihr mehr Zustände habt, dann braucht ihr hier mehr in der, äh, mehr Zeilen. Und wenn ihr mehr, ähm, mehr Ausgaben hier habt, also mehr als nur 3, was eigentlich meistens der Fall ist, 3 ist eigentlich nie interessant, ähm, dann braucht ihr hier logischerweise noch mehr Spalten. Aber das ist nicht ganz so schlimm. So, also wir schauen jetzt am Anfang mal, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Zustand 1 mir ausgibt, genau diese Ausgabe 1 hier. Naja, wie wahrscheinlich ist denn das? Wir haben folgendes, wir haben ja die Anfangswahrscheinlichkeiten von den Zuständen gegeben, das heißt C, in meinem Vektor C steht also drin, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Zustand 1 der erste ist. Das heißt C1 mal, so, und jetzt wollen wir, dass Ausgabe 1 ausgegeben wird. Nicht irgendeine Ausgabe, sondern wir wollen genau Ausgabe 1 haben, dieses O1 hier. Naja gut, die Ausgabewahrscheinlichkeit haben wir ja auch. Das wäre die Emissionswahrscheinlichkeit. Wir wissen ja nicht, ob es auf jeden Fall O1 ausgibt. Es kann ja auch zum Beispiel irgendein Z ausgeben, was wir gerade nicht wollen, sondern wir wollen natürlich nur für Ausgabe O1 das Ganze berechnen. Okay, also B1 von Ausgabe 1. So, was bedeutet das Ganze also? Hier steht, wie wahrscheinlich ist es, dass der Zustand der erste ist, dieser erste Zustand hier, und wie wahrscheinlich ist es, dass der erste Zustand dieses O1, also das erste Symbol meiner Ausgabe, ausgibt. Also zum Beispiel ein A. Okay, so, selbiges gilt natürlich für den zweiten und den dritten Zustand, nur dass wir hier jeweils C2 brauchen und B2 und C3 und B3, denn wir wollen ja die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass der Zustand 2 bzw. 3 der erste ist und wie wahrscheinlich ist es, dass der zweite Zustand bzw. der dritte Zustand O1 ausgibt. Achtung, O1 ändert sich nicht. Erst hier wird dann O1 zu O2, also hier wollen wir uns dann um O2 kümmern, hier vorne kümmern wir uns immer um O1. So, jetzt zu den Übergängen hier. Hier, wie wahrscheinlich ist es, dass ich vom Zustand 1 in Zustand 1 gehe? Naja, das wäre dann, na, warum kann ich jetzt nicht tippen hier? Mano. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich von Zustand 1 in Zustand 1 gehe? Das wäre dann A11, denn wir wollen ja von Zustand 1 in Zustand 1 gehen. Okay, zweiter, wie wahrscheinlich ist es, dass ich von Zustand 1, also A1 in Zustand 2 gehe? Das steht auch in A drin, also in A12 und dasselbe machen wir jetzt noch für A13. und für alle anderen Zustände auch, ich lasse es jetzt hier bewusst weg, denn es wird mega unübersichtlich, wenn man das für alle macht. Also sagen wir einfach mal hier A11, A12, A13. So, wenn wir von Zustand 2 auf Zustand 1 wollen, dann steht hier A21, das wäre von Zustand 2 auf 2, A22 und von Zustand 2 auf 3, A23 und genau gleich bei Zustand 3 auf Zustand 1 und 2 und 3 und so weiter. Okay, die ändern sich auch nicht mehr, die kann ich einfach direkt hier drüben wieder weiter benutzen, wenn ich es gleich gezeichnet hätte. Okay, was passiert jetzt hier also? Hier drin steht wieder, nicht wie wahrscheinlich ist es, dass ich in meinem Zustand 1 anfange, das habe ich ja schon, sondern wir summieren hier auf. Was bekommen wir hier alles rein? Naja, wir bekommen rein, ich schreibe die jetzt doch mal hin, die pfeile ich hier. So, mehr schreibe ich aber nicht hin. Wir bekommen hier rein A11 mal den Kram hier, den nenne ich jetzt einfach mal keine Ahnung, Z1 oder sowas. Das heißt, wir haben hier A11 mal Z1. Das Z1 ist übrigens gerade von mir beliebig gewählt. so, plus das zweite hier, also Z2 einfach mal genannt, Z2. Aber Vorsicht, wir müssen auch das hier wieder multiplizieren, nämlich mit, ach komm schon, das ist durchaus Absicht, dass die oben stehen. Lass mich doch einfach machen, sei nicht so intelligent, bitte. Egal. und zwar A21, also wie wahrscheinlich ist es, dass wir von Zustand 2 auf Zustand 1 gehen, mal, das war so klar, ähm, äh, nicht mal, plus den dritten Teil, also A31 mal Z3 und das Ganze braucht jetzt aber noch mal eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das hier nenne ich jetzt einfach mal die Summe, also ich glaube, ihr wisst jetzt, was das Prinzip dahinter ist. Wir multiplizieren die Übergangswahrscheinlichkeit zu unserem Zustand mal der Wahrscheinlichkeit, die hier rausgekommen ist. Also ich nenne jetzt das ganz einfach mal Sum und diese Summe multiplizieren wir jetzt mit der Emissionswahrscheinlichkeit von dem ersten Zustand, wieder Achtung, B1 von, und diesmal O2, also dem zweiten Ausgabewort oder dem zweiten Ausgabebuchstaben. So, dasselbe machen wir überall anders auch, nur dass sich die Summe jetzt halt hier anders berechnet, weil die Übergangswahrscheinlichkeiten sind hier anders. Also hier haben wir dann A12 mal Z Z1 A22 mal Z2 A2 äh A32 mal Z3 als Summe und ähm brauchen natürlich hier auch B2 von O2 also Output 2 und hier unten im Prinzip genau dasselbe, nur dass ich wieder mal die Summe anders berechne und wir B3 brauchen. So, und dann geht's genau hier genau gleich weiter, nur dass wir dieses Mal statt Z jeweils das ganze Ding hier benutzen und wir haben am Ende hier einfach irgendeine Zahl drinstehen und brauchen halt hier wieder B1 von O3 drin, B2 von O3 und B3 von O3. Ja genau, also wenn wir dann hier hinten angekommen sind, haben wir diese Riesensumme und die größte Summe hier drin, also wir schauen danach hier, hier und hier, welches davon ist das Maximum und das ist dann unsere Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Ausgabe, ähm, diese Ausgabe ist gegeben unser HMM. Puh, also ziemlich viel Arbeit, vor allem wenn ihr ein großes HMM habt, mit vielen Zuständen, dann wird es sehr, sehr viel Arbeit oder wenn ihr eine große Zustandsfolge habt, aber normalerweise lassen wir das Ganze ja Computer machen, deswegen ist es nicht so schlimm für uns. Okay, das war's für heute, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns zum nächsten Mal, bis dann, ciao!